Hey Leute, neue Fußballschuhe und zwar aus dem Battle Pack mit dem Adidas Adipure 11 Pro Battle Pack eben. Die Battle Pack Fußballschuhe tragen alle eine unterschiedliche Kriegsbemalung und so erhält auch der Adidas Adipure seinen komplett eigenen Look. Was den Adipure in dem Fall ausmacht, ist vor allem das Design. Ansonsten unterscheiden sich die Schuhe nicht von den Schuhen zuvor. Das heißt, ihr habt mit dem 11 Pro Fußballschuhe, die ebenfalls wieder aus dem besonders weichen Taurus Ledermaterial kommen. Das handelt sich um ein natürliches Ledermaterial und ihr seht schon, der Schuh ist schon beim ersten Anfassen besonders weich und passt sich gerade im vorderen Bereich sehr gut nachher dem Fuß an. Was den Adipure sonst noch ausmacht, ist vor allem die Sohlenkonstruktion. Das heißt, wir haben hierbei eine sogenannte Comfort Soul, die über kleinere, fast runde Nocken verfügt, die besonders leicht in den Boden eindringen und die im Vorderfuß sowie auch im hinteren Bereich einen weichen Auftritt ermöglichen und somit einen hohen Komfort haben. Hauptmerkmal der Schuhe ist selbstverständlich der Battlepack-Look. Getragen werden die Schuhe bei der WM 2014 unter anderem von Philipp Lahm. Mich würde natürlich interessieren, wie findet ihr den Look? Steht ihr auf den Look, den die neuen Adipure aus dem Battlepack haben? Oder sagt ihr, ihr hättet euch auch für die WM lieber etwas Schlichteres gewünscht? Lasst es mich wissen über die Comments oder auch bei Facebook oder bei Twitter. Auf geht's! Mit ares! Entschuldigung! Nachdemix! Überrasst du? Eins! Vielen Dank.